Bespätung oder nicht mehr relevant? Der Halb ist vorbei. Der Halb ist vorbei. Ja, sollen wir trotzdem eine PK machen? Aus Aus, da wir jetzt bei den seichten Themen sind. Das letzte Mal, als ich hier war, mein Handy geklingelt. Ich habe den Fünfer dabei für den Dachshof, für die Mannschaftskasse. Werde ich auf der Kampfer annehmen, kann ich jetzt schon sagen. Das ist geschenkt. Schöne Grüße von Dachshof. Danke. Ach, das war das jetzt? Das war der Abschluss? Das war der Abschluss. Okay.